Jo, und was geht meine Cross da draußen und alle anderen Zuschauer recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir zocken heute wieder mal eine Runde Rockcraft 3. Und zwar haben wir letzte Folge ein paar Sachen gebaut. Wir haben jetzt Helmscream oder wie der hieß, ja ich glaube Helmscream hieß der, befreit oder wieder getroffen, den wir in der ersten... Den wir befreit haben in der Tutorial-Scheiße. Da haben wir ihn nämlich befreit und die Lust hier ist natürlich, er greift die ganze Zeit Menschen ohne Änderung. Wir müssen jetzt die Menschen auch wieder zerstören. So, wir machen schnell die Menschen hier kalten ein bisschen. So, unser Held ist wieder mal eine Runde gestiegen. So. 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 Lockrega Nogal. Für Doomhammer. Die Geister sind ruhelos. Lockrega Nogal. Die Geister sind ruhelos. Lockrega Nogal. Lockrega Nogal. So, wenn wir... Ich denke, wir machen das schon alles ganz clever. Die Menschen kümmern sich nämlich, also die Orks kümmern sich um die Menschen und wir kümmern uns um die Türme und so. Dann ist das eigentlich alles zerstört fast. Lockrega Nogal. Wir haben die Türme schon ausgeschalten. Wir haben die Menschen... Die Geister sind ruhelos. Dabeln. Dann können wir hier gleich noch weiter eine Mine zeugen. Lockrega Nogal. Lockna Rosh. Terror Wolf. Wie cool eigentlich. Der Held ist in der Schönden des Turm. Na, der ist wieder gefallen. Das ist aber nicht mein Problem. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Dann holen wir den eben hier her. Der soll hier mal eine Mine raufzimmern. Ah ne, ein Haupthaus brauchen wir. Da wird nämlich unser zweite... Äh, zweite... Unser zweite Stelle. Der, ähm, Burg oder... Der, 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 der... Des Lagers, ja? Wir haben jetzt einen zweiten Lager errichtet. Oh, meine Fresse. Okay, alles klar. Also wir errichten das zweite Lager. Einfach. Ja, einfach weil wir es können. So, dann zerstören wir hier noch die Häuser. Sieht alles ein bisschen scheiße aus bei so Menschen. Die Döns hier. Die Döns hier. forschung abgeschlossen so unsere einheit muss sich ein bisschen wieder auffüllen und zwar brauchen wir zwei teilen zwei typen noch so und die anderen drei können hier mitgehen die setzen wir auf zwei haben wir hier nämlich eins die einen typen nehmen wir noch damit rein so er bautet haushaupt so wir machen natürlich dann der zweite lager kalt und zwar hier oben die blauen die zeite ist gekommen die geister sind ruhelos die machen wir dann ohne kalt machen wir hier provision für die ehre haben wir denn hier ja also weiter ihr müsst ihn schon durch lassen was nein oh fuck ey greifen die uns echt an ja so ne bastarde alter ohne witz das werdet ihr bereuen das gibt es doch nicht da will man jetzt fehlen uns wieder einheiten nämlich drei stück aus zum kotzen und da ist auch schon wieder action so und eben morgen macht ja da muss man echt hierhin kommen muss man mein haupthaus bauen ja ja der heilt den andauernd ist das problem gerade ihr müsst den kalt machen und dann man das weiß ich doch bleib ruhig wir machen das schon alles wir kriegen das schon hin ich bin der kriegshäuptling wir kriegen wir schon hin so muss ja der wieder ein paar türme bauen hier das ist echt scheiße ja also wenn die jetzt permanent nochmal angreifen wir brauchen unbedingt mehr gold einer so vielleicht schaffen wir jetzt nochmal da anzugreifen die blauen so dass wir uns nicht andauernd auf den sack gehen also weiter da bin ja oh 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 da Arbeit abgeschlossen die geister sind ruhelos für die ehre ich bin der kriegshäuptling für die haupte also weiter wir haben jetzt ein paar einheiten eingebüßt aber liegt daran weil sie uns jetzt auf einmal unvorbereitet angegriffen haben wenn wir jetzt den turm kalt machen ich bin der kriegshäuptling also weiter die müssen den turm angreifen und wir machen die unteren legionen hier ja Arbeit abgeschlossen niemand wird überlegen Rache für sich also weiter eure zeit ist in Ordnung hey ihr müsst den schon angreifen und ihr müsst das Ding kaputt machen die geister sind ruhelos ich bin der kriegshäuptling die geister sind ruhelos hmmm ich bin der kriegshäuptling die geister sind ruhelos hmmm erstmal das haupthaus so dann machen wir erstmal das haupthaus kaputt und du brauchst die türme hin und ihr kommt noch zur unterstützung jetzt also weiter ich bin der kriegshäuptling eure zeit ist gekommen also weiter was ihr wolle, was ihr wolle, was ihr wolle, Zeit zu töten so die werden jetzt erstmal kalt gemacht ja das war ein bisschen zu viel hier jetzt noch das ding niemand wird überleben oh da sind da auch noch drei ja so dann haben wir das lager nämlich auch kalt gemacht so und dann wird er hier was ihr wolle noch einen Turm bauen das kann ich die werden dann hier eine Mine bauen äh Mine ausschöpfen so rum ach die machen das schon alles hier die managen das schon oh du kannst ja erstmal reparieren wir können gold sammeln ja mehr gold ich weiß ja die machen das schon alles ne also das sollte schon vorn dann liegen so ihr weiter gold sammeln gold sammeln gold sammeln gold sammeln so ihr hattet auch gleich fertig so und dann wirst du da oben noch eine Mine bauen hier wirst ein haupthaus hin bauen ok wir bauen mal gold 450 aber sollte gleich machbar sein na komm so genau warum können wir hier nicht bauen was bilden die sich eigentlich ein das sind die grünen Typen ne also weiter so das ist unsere erste Einheit dann wieder ja für die Ehre und hier das ist die zweite aber da müssen wir noch was auffüllen so die sammeln gold ja was ihr wolle Holz haben sie ja nicht doch ein bisschen Holz haben sie schon so was haben wir denn noch wie unsere Stadt wird angegriffen wie unsere Stadt wird angegriffen ich bin der Kriegsäuble ja ok die grauen sind also die die als nächstes drauf gehen wollen diese kleine bande so die haben wir auch ausgeradiert jeden haben wir verloren das ist natürlich schlecht so dann werden wir uns hier positionieren damit die uns nicht mehr immer angreifen ja und ihr kommt da auch hin wohin soll ich gehen so dann machen wir den machen wir dann hier hin ich bin der Kriegsäuble für die Ehre wie von so einer Blitzechse ey ne ok so das ist jetzt eins da brauchen wir aber noch einen Typen der da hingeht für die Ehre für die Ehre Dabu so ja und das ok na kommt der noch viele kommen jetzt noch da unten dann müssen wir mal kurz gucken zwei kommen noch und dann starten wir wieder den nächsten Angriff die fighten schon wieder hier oben wir aber nicht wir bauen dann noch ein paar Orcs damit sie da sammeln können so jetzt noch einer und dann werden wir angreifen dann werden wir aber erstmal die Folge noch beenden der Held unseres Verbündeten ist tot da fehlt jemand dann machen wir noch einen rein dann haben wir hier vier Stück äh dann haben wir hier eine Truppe voll und die andere Truppe ist da unten da fehlt nur noch eben so ein Rollwagen äh so ein Katapult so wenn der soweit ist dann werden wir angreifen aber das werden wir erst wieder in der nächsten Folge machen meine lieben Freunde also falls euch die Folge natürlich wie immer gefallen hat hinterlasst ein Like Abo teilt die Video und schreibt mir in die Kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge von Warcraft by White of Chaos ich bin erstmal raus und Ciao bei